Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Wohlen der Liebesorakel am 16., 17. und 18. Februar 2018, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag. Das ist die Energie am Freitag. Die erste Karte bedeutet Träume. Es kann passieren, dass ihr einen wichtigen Traum als Botschaft bekommt. Also achtet auf die Traumbilder. Diese Karte kann auch bedeuten die Erinnerungen, schöne Erinnerungen von Vergangenheit. Das kann auch bedeuten, dass jemand denkt an euch gerade. Jemand, den ihr kennt. Kennt von Vergangenheit. Und es ist nicht nur dieser Gedanke, dieser Traum, diese Sehnsucht, sondern auch die Botschaft. Er ist unterwegs schon auf euch zu. Ihr bekommt einen Nachricht oder einen Besuch. Dieser Mann, wenn es um ein Herzensmann handelt oder einen Wunschpartner oder ein Partner handelt von Vergangenheit, wird diese Botschaft überreichen. Und es ist die Bewegung, es ist zum Erwarten und es ist auch die Leidenschaft und auch die Begeisterung. Das bedeutet Freitag, wenn ich das zusammenfasse, die Energie für Freitag, entweder habt ihr Gedanken über jemanden und plötzlich ruft er an oder kommt vorbei. Oder jemand denkt an euch und hat schöne Erinnerungen und möchte nicht nur diese Gedanken pflegen, sondern kommt auch, weil es ist ein Besuch oder eine Nachricht ist zu erwarten. Samstag, das ist diese beide Karten hier. Samstag wird Klarheit kommen und wird auch eine klare Entscheidung treffen. Die erste Karte heißt, jemand bewegt sich an eure Richtung. Entweder kommt wieder eine Nachricht oder ein Besuch. Und das ist das Luftelement, das heißt, das kommt mit Leichtigkeit, aber auch mit Verstand. Und hier wird klare Entscheidung getroffen. Also wichtig ist eine Entscheidung am Samstag. Es kommt etwas in Bewegung, weil es nähert sich jemand auf euch zu. Gespräche sind sehr wichtig. Es klärt sich etwas auf und es werden klare Entscheidungen treffen. Sonntag, das ist diese beiden Karten hier. Die Heiligtum bedeutet entweder, ihr sucht die Stille oder ihr sucht die Verbindung zum Engel oder zum Gott. Oder ihr sucht einen heiligen Ort. Auch weil ihr braucht diese innere Ruhe, diese Harmonie, kann auch eine gewisse meditative Haltung bedeuten. Und die zweite Karte hier gilt auch noch für Sonntag. Jemand überreicht euch eine wichtige Botschaft und das kommt von Herzen. Und wir schauen noch an die Schokoladenkarte, weil das hat auch eine Bedeutung. Und die Karte heißt Ruhe. Und das bedeutet entweder, beruhigt sich etwas und kommt zu einer Versöhnung. Kann auch bedeuten, dass ihr die innere Ruhe, die innere Harmonie findet. Kann auch bedeuten, dass ihr sollt die Ruhe finden, weil daran liegt die Kraft. Und es ist wichtig zum Erkennen, jemand denkt an euch, kommt auch entgegen. Es bewegt sich in eure Richtung, dann die Entscheidungen, dann diese Heiligtum, diese Stille, diese Ruhe. Und wird eine wichtige Botschaft überreicht. Und diese wichtige Botschaft kommt von Herzen. Und natürlich die Ruhe hat auch eine Bedeutung. Die innere Ruhe bewahren oder eine Versöhnung, dass in die Liebe Partnerschaft, dieser Frieden, dieser Ruhe einkehrt. Und das war die Wohinende Liebesorakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.